Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abenteuern im Beach Club in Rust. Und der Bildschirm ist schwarz, wo dran kann es liegen, wissen wir nicht. Für die anderen kommt sowieso jetzt noch die Werbung. Das Spiel muss ich erstmal einpendeln, glaube ich. Ein völlig schwarzer Bildschirm. Hier könnt ihr jetzt ihre Werbung stehen. Ich glaube, ich fange einfach nochmal neu an. Bis gleich. Oder? Oh doch. Ja. Ja. Ich mache nochmal einen Neustart. Das schneiden wir raus. Stefan, schneidest du das bitte raus? Schlaas. 8. 50. 20. 20. 22. 21. 21. 22.